Servus Leute, es ist der Raging Raptor hier und heute möchte ich euch einen Panzer vorstellen, der ein Replacement sein wird. Und zwar das Mäuschen. Ein Vorgänger der Maus, der den VK 4502 Ausführung B ersetzen wird, weil dieser extrem unhistorisch gebufft ist und einfach momentan nicht ins Spiel gehören sollte nach der Politik von Wargaming. Wie wir ja schon alle wissen, möchten sie die meisten Tanks, die einfach nur unhistorisch sind, rauskicken und historischere Panzer reinfügen. Das heißt auch, wir werden auch früher oder später den Waffelträger verlieren und den E-50M. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt gehen wir zu diesem Tier 9 Monster mit 2000 Hitpoints. Ein Motor mit 1500 PS und einem Gewicht von 170 Tonnen. Das ist einfach nur enorm. Ich habe Maus Niveau, der Maus Prototyp. Das Power to Weight Ratio ist 8,82 Fertestärken pro Ton. Das ist einfach miserabel, oder? Auch die Maximalgeschwindigkeit vorbeizt ist 20 und rückwärts 15 Kilometer pro Stunde. Die Hüllendrehgeschwindigkeit mit 20 Grad pro Sekunde ist auch nichts. Die Terrain Resistance ist mit 1,7, 1,8 und 2,8. Wie soll ich sagen? Horrifying schlecht. Das ist wirklich schlimm, wie schlecht das ist. Die Turmdrehgeschwindigkeit mit 18,8 Grad pro Sekunde ist fast nicht vorhanden und die Sichtweite von 370 Meter ist auch sehr schlecht. Dafür aber hat das Ding unglaublich Panzerung für einen Tier 9 Tank. 200 Millimeter auf der Hülle frontal und 180 Millimeter seitlich. Der Turm hat frontal 250 Millimeter und 200 auf der Seite. Die Hülle ist gleich wie die Maus und der Turm ist abgesehen vom Weakspot besser. Der Turm ist besser als bei der Maus. Also das ist unglaublich. Nur er hat einen Pseudo-Weakspot. Denn die Kuppel ist kein wirklicher Weakspot. Die Kuppel ist immer noch 200 Millimeter Panzerung. Also viel Spaß da durchzukommen, wenn ihr nicht richtig trifft. Das Ding hat aber zwei Knarren. Eine Stock Gun und eine Elite Gun. Zuerst schauen wir uns die Stock Gun an. Das ist die 12,8 Zentimeter und dann die Elite Gun. Die 12,8 Zentimeter, wie ihr sehen könnt, sind noch gleich die Werte der Top Gun in den Klammern, dass wir sie gleich schön vergleichen können. Die Stock Gun hat einen 128 Millimeter Kaliber, wo die 15 Zentimeter 149 ungefähr hat. Der Damage ist 490 und bei der 15,750 einfach alle so Standardwerte. Die Durchschlagskraft ist mit der Stock Gun natürlich wieder besser mit 246. Was aber lustig ist, die 150 Millimeter L31 hat 10 Durchschlag weniger als eine normale 150 Millimeter Kanone. Das heißt also, dass diese Top Gun ihr neu erforschen müsst und nicht vom E100 mitnehmen könnt. Toll, 60.000 EXP zum Rausschmeißen. Ja, die Round of Fire, der Stock Gun ist 4,1, wo die andere 3,129 hat. Der DPM ist darum auch bei der Stock Gun schlechter mit 2044, wo die Top Gun, die 15 Zentimeter, 2346 ist. Das heißt jetzt schon eigentlich, man wird die 15 Zentimeter einfach nur bevorzugen. Die Nachladezeit ist natürlich da auch wieder unterschiedlich von 14,3 Sekunden zu den 19,17 der 15 Zentimeter. Wo es aber Unterschiede gibt, ist bei der Genauigkeit. Wo die 128 Millimeter Kanone mit 0,4 eigentlich schon schlecht abschneidet, da kommt einfach die 150 Millimeter mit 0,46. Und das ist einfach nur schlecht. Auch die Einzelzeit mit 2,88 bei der 12,8er sowie 3,7 bei der 150er, beide sind einfach schlechte Werte. Dafür hat aber der Panzer für einen rückwärts liegenden Turm minus 7 Gun Depression. Das ist wieder sehr, sehr viel. Auch 25 Grad Gun Elevation. So, ja, Zusammenfassung. Das Ding ist eine Maus. Eine wirkliche, eine ausgewachsene Maus auf Tier 9. Hier hat es wahrscheinlich ungefähr die gleiche Geschwindigkeit, gleiche Power-to-Wate-Ratio. Aber, nee. Also, der VKP ist in meiner Erachtens OP, weil du kannst frontal als Tier 8-Panzer den fast nicht penetrieren. Und jetzt kommt das Ding, das noch eine bessere Panzerung hat. Nee. Also, ich weiß nicht, was sie da noch verändern müssen, dass das noch ein bisschen gebalanced ist, weil momentan ist es eigentlich, das ist einfach nur eine Maus auf Tier 9. Ja. Aber was haltet ihr von dem Tank? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Schreibt es in die Kommentare. Macht ein Like, wenn ihr noch nichts von diesem Panzer gewusst habt. Subscribt für die neuesten News vom Supertest. Und, ja. As always, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.